Hallo Booktube, herzlich willkommen auf dem Kanal Schundleser, mein Name ist Thomas, ich quassle hier über Literatur. Und eine der Sachen, die ich etwas regelmäßiger hier machen will, also regelmäßig mit Vorsicht zu genießen, ich möchte es einfach nicht aus dem Auge verlieren, sagen wir so, ist das Werk von John Steinbeck. Über die Zeit möchte ich mich hier durch das ganze Werk von John Steinbeck lesen und euch hoffentlich mitnehmen auf diese Entdeckungs- und Wiederentdeckungsreise. John Steinbeck, großer amerikanischer Autor des 20. Jahrhunderts. Und wir haben uns bisher nicht angeschaut und werden das auch in dieser Folge nicht tun, die frühen Romane, die ganz frühen Romane von John Steinbeck, sondern haben begonnen mit den Büchern, die Steinbecks Kosmos prägten mit und unsere Vorstellung davon, was ist ein Steinbeck-Buch. Und da war sein erster Erfolg ja Tortilla Flat. Tortilla Flat ist ein Roman, der eben, ja diese Außenseiter-Romantik erzählt, von Arbeitslosen, von Tagdieben, von beinahe Landstreichern. In Tortilla Flat sind es ein Widerspruch, den der Roman sehr gut darstellt, quasi sesshafte Landstreicher. Menschen, deren Leben von Steinbeck gezeigt wird als Leben der Freiheit, aber sehr unverklärend, was die Armut angeht, was die Begrenzung angeht, was die tägliche Nöte angeht, dieses Lebens. Ja, das mögen augenzwinkernde Romane sein, aber es sind keine Romane, die einem unbedingt das Gefühl vermitteln, ich möchte das auch, ich möchte auch so leben wie diese Figuren, die einem aber vermitteln, dass es trotzdem Glückselemente gibt und die einem auch immer klar machen, es ist schriftstellerische Überhöhung, was wir hier erleben. Man könnte nun heute im Rückblick Steinbeck-Romanen vorwerfen und manche haben das damals schon auch getan und sagen, das ist alles viel zu verklärend. Das Leben der kleinen Leute, das Leben unten, wie du es zeigst, das hat nichts zu tun mit der Realität. Aber in sich als Roman ist das völlig stimmig als Romanwelt und Steinbeck hätte weitermachen können mit Tortilla, vielleicht sofort. Das für mich sehr Interessante ist, dass er genau das nicht tut und zwar nicht aus schlechtem Gewissen, weil ihn da irgendjemand angemahnt hat, sondern weil er das selber auch sieht. Er hat eigentlich nur die Hälfte dieser Lebenswelten erzählt und die andere bekommt er ja auch mit. Die andere bekommt er mit, wenn er durch die Straßen geht, die andere bekommt er mit, wenn er Zeitungen liest, die andere bekommt er mit, wenn er mit Menschen spricht. Und die 30er Jahre, eigentlich auch schon das ganze frühe 20. Jahrhundert, so muss man sagen, schon vor der Weltwirtschaftskrise, sind Zeiten großer Arbeitskämpfe in Amerika. Es ist eine Zeit, in der Amerika gärt und brodelt und in der die Arbeiterschaft, das Proletariat, die Neu-Eingewanderten nicht zufrieden sind damit, einen Traum vor die Nase gehängt zu bekommen. Du als Individuum könntest es eventuell schaffen, über alle anderen hinauszuwachsen und am Ende eines langen Arbeitslebens dann doch etwas zusammengebracht zu haben. Sondern die sagen, wir möchten unseren verlässlichen Anteil jetzt, wir möchten nicht sagen, einer von tausend kommt durch. Wir möchten anständig bezahlt werden. Wir möchten Arbeitssicherheit haben. All diese Fragen kommen da auf. Und Amerika ist nicht dieses konservative, ruhige Land, und das mit dem jeder-kann-es-schaffen-Traum ruhiggestellt ist. Das ist etwas, was in der Geschichtsschreibung, in der populären, die dann halt stattfindet, durch Hollywood, die stattfindet, durch Superhelden-Comics, die stattfindet, durch bestimmte Arten von Romanen, die in Erinnerung bleiben, was in dieser Geschichtsschreibung wieder hinausgedrängt worden ist. Aber es gibt in den 30er Jahren in Amerika eine, sagen wir, proletarische Literatur. Steinbeck will auch da ran. Und in Kalifornien kann man natürlich sehen, das Elend der Wanderarbeiter, die dort die verschiedenen Ernten mitmachen. Obsternte, Baumwollernte. Diese Hilfspflücker, die von Plantage zu Plantage, von Tal zu Tal, von Frucht zu Frucht reisen und dort vergroschen arbeiten und eigentlich maximal so viel verdienen, dass sie Benzin haben, um weiterzufahren zur nächsten Arbeitsstelle, die nie zu was kommen werden, trotz härtester Arbeit. Und das Elend dieser Familien, die da als Arbeits-Vagabunden unterwegs sind, spielt ja später wieder eine richtige Rolle in einem seiner größten Romane. Die Früchte des Zorns, Grapes of Wrath, ist einer seiner noch immer und noch lange aktuellen Romane. Und weil er da eben ein Großwerk hinlegt, weil die Verfilmung so großartig ist von John Ford, scheint der erste Roman, den er dieser Arbeitswelt gewidmet hat, immer nur so eine Vorstufe zu sein, eine viel schlechtere Vorstufe. Nämlich in Dubious Battle, wie der im Original heißt, in der deutschen Übersetzung, ja auch schon etwas seltsam, stürmische Ernte. Stürmische Ernte ist eine Streikgeschichte. Und man hat ihr vorgeworfen, dass sie eben anders als Früchte des Zorns nicht so viel menschliche Tiefe enthielte und vielmehr Blumpepropaganda. Und da ist was dran und trotzdem ist es komplett falsch. Dieser heute wenig gelesen, in Deutschland eigentlich fast gar nicht mehr bekannte Roman, Stürmische Ernte in Dubious Battle, will nämlich tatsächlich so sein, wie er ist, der ist nicht missraten. Sondern der will uns die Anatomie eines Arbeitskampfes zeigen. Der will uns nicht viele Familien- und Hintergrundgeschichten erzählen in seiner Figuren und uns im Detail zeigen, wie die leiden und was die hoffen und wie die kämpfen. Sondern ihn interessiert erstmal der Kampf selbst. Weil davon viel in den Zeitungen berichtet wird von den Streiks und Streikversuchen dieser Erntearbeiter und weil Steinbeck auch sofort sieht, dass diese Zeitungen oft voreingenommen berichten. Nämlich von roten, undankbaren Aufrührern und von den Mächten der Bürgerlichkeit und von Recht und Ordnung, die versuchen, Agitatoren und Aufpeitschern und Aufgehetzten was entgegenzustellen, damit nicht die ganze Gesellschaft den Chaos versinkt. Und Zeitungsberichte, die dann sagen, ja, da wäre ja vielleicht was dran, dass die mal fragen dürfen, ob sie nicht mehr Geld bekommen könnten. Sie dürfen ja sogar streiken, aber sie werden ja sofort gewalttätig. Dann muss man ihnen was entgegensetzen. Und Steinbeck will hingucken und nicht nur fragen, stimmt das, sondern viel umfassender gucken, was ist da eigentlich los, was passiert da eigentlich? Und was ist da los, was passiert da eigentlich? Damit meint er, was ist los, wenn der Mensch eigentlich gar nicht mehr Individuum ist, sondern Teil einer Klasse? Also wenn das, worum es geht, mich gleich macht mit dem Mann neben mir und dem neben mir und dem neben mir und dem dahinter. Wenn wir alle sagen, für uns gilt dasselbe, wir müssen hier schuften, wir bekommen hier zu wenig Geld und wenn wir streiken wollen, kriegen wir Knüppel übergezogen. Was passiert, was muss passieren, damit die sich wehren? Wie wehren die sich? Wie gehen die mit ihren Niederlagen um? Ihn interessiert der Mensch als Masse, das neue Wesen. Wenn mehrere Menschen zusammenkommen und nicht mehr so wichtig ist, was denkt, was tut, was möchte, was fürchtet das Individuum, sondern aus der Zusammenballung von Individuen, im Angriff wie in der Flucht, im Zögern wie im Vorangehen, ein neues Wesen entsteht, das als ein neues Wesen handelt, bis es wieder zerfällt. Wir haben es ja da mit einem Zaltalter von Massenbewegungen zu tun und dann eben auch einer Massenbewegung, die sich erstmal durchsetzt, verheerenderweise in einigen Ländern, nämlich dem Faschismus, der die Massen auch aufstachelt, und jeder kann sehen, dass da was anderes ist bei diesen großen Versammlungen, auch bei den Brügeleien, bei den Übergriffen. Die Amerikaner können das auch sehen beim Blick in den Süden auf die Lünchmobs oder in die Großstädte, wenn es wieder die sogenannten Rassenunruhen gibt. Wie sich da Menschen verhalten, die vielleicht einzeln keine rassistische Bestie wären und die schon gar nicht Gewalt gegen andere üben würden, aber in der Masse daran beteiligt sind, jemanden aufzuhängen, jemanden anzuzünden, jemanden zu kastrieren, jemanden sonst wie zu verstümmeln, den sie gar nicht kennen, von dem sie nur gehört haben, von einem anderen als Zuruf, der habe Böses getan, hetzt ihn, macht ihn nieder und nun sind sie dabei. Nicht als Individuum, sondern als Zelle eines neuen Körpers dieses Massentiers. Also da in einer ganz abschreulichen Form. Es gibt einige Literatur, die versucht, dieses Massenwesen zu fassen und eben nicht das Individuum. Steinbeck will sowas in Romanform umsetzen. Er will eigentlich zuerst eine Repertage schreiben. Das reden ihm dann die Leute bei seinem Buchverlag aus und sagen, nein, du kannst jetzt nicht so ein Roman langes, engagiertes Sachbuch schreiben. Du hast gerade ein Hit gelandet mit Tortilla Flat. Wahrscheinlich sagen sie schlimm genug, dass du jetzt da nicht weitermachst und uns Tortilla Flat 2 lieferst. Aber dann mach wenigstens einen Roman draus. Und Steinbeck lässt sich dazu überreden, aber er schreibt eben nicht diesen Roman, wie ihn auch Booktube immer gerne hätte. Der hineinkriegt in die Köpfe und die Seelen und die Herzen der Figuren und dann von innen schön farbig berichtet und vielleicht dann auch von außen immer schön, damit man weiß, wie alles zu ordnen ist, alles noch kommentiert und einordnet und wertet. Er bleibt ganz nüchtern, fast immer ganz außen und zeigt uns kameraartig, was die Figuren miteinander reden, was sie einander offenbaren über sich selbst und ihre Motive und was um die herum passiert. Ganz selten geht er mal ein winziges Stückchen hinein, indem er irgendein Gefühlchen beschreibt, aber dann auch nur so, dass es eine Beschreibung von etwas ist, was wir als Beobachter da am Gesicht hätten ablesen können. Er wühlt nichts Verbeugendes hervor aus den Figuren. Und das ist sehr programmatisch, weil er durch diese Details eben nicht ablenken will von der Funktion dieser Figuren innerhalb eines Arbeitskampfes, weil er zeigen, wie der Arbeitskampf funktioniert. Und das ist viel spannender, als er sich jetzt anhört, dieses Abstrakte. Er fängt an mit einem Mann, der sich entschlossen hat, wirklich richtig Aktivist zu werden. Jim. Aber den wir so nebenbei dann eben uns ein Bild machen können von seiner Familiengeschichte, der Vater, war auch so ein Ausgebeuterter, der sich das Leben lang verarscht, zurückgesetzt und niedergeknüppelt vorkam und der sich immer individuell gewehrt hat. Also sich mit seinem Vorarbeiter geprügelt hat und den Job verlor, sich mit Polizisten geprügelt hat bei Demonstrationen, sich mit Arbeitskollegen geprügelt hat und der dann eben, wenn er auf Aufmärsche ging, weil er einfach im Zorn als zorniges Individuum mitlief, auch derjenige war, der dann halt die Auseinandersetzung suchte und sie bekam und der zum Gruppe geprügelt wurde und der an den Wunden dieser Auseinandersetzung und an der eigenen Verbitterung gestorben ist. Und so will Jim nicht werden. Dieses Aussichtslose, dieses Zornige, was auch die ganze Familie vergiftet hat, er will Zorn gekoppelt mit Hoffnung. Das ist seine Motivlage. Nachdem auch seine Mutter gestorben ist, lässt er sein ganzes Leben zurück, gibt seine Wohnung auf, er hat ja eh nicht viel, aber das bisschen, was er hat, lässt er zurück und meldet sich bei einer Adresse, die er hat. Es wird nie so gesagt, aber es ist wohl die Kommunistische Partei, die eigentlich fast nur im Untergrund Agierende in den USA, geht da hin und sagt, ihr macht doch was. Wie kann ich helfen? Ich will was Sinnvolles machen. Ich will nicht für mich einfach meinen Zorn rauslassen, ich will diese Welt ändern. Ich brauche einen Sinn im Kampf. Kämpfen will ich, aber es muss sinnvoll sein, nicht sinnlose Prügeleien, wie ich sie bei meinem Vater gesehen habe. Und da wird dann auch gezeigt, wie dieser Mann in diesem ärmlichen Büro der Partei, der ihn in Empfang nimmt, natürlich auch erstmals skeptisch sein muss, ob das einer ist, der es ernst meint, ob das ein Verrückter ist, ob das jemand ist, der sich die falschen Vorstellungen macht, über das, was ihn da erwartet und bald wieder abspringt, ob es ein Spitzel ist, ob es jemand, der zum Spitzel werden könnte, wenn er dann eben merkt, dass es nicht so läuft, wie er will. All das muss irgendwie vorsichtig abgeklopft werden. Aber dieser Harry Nielsen ist dann überzeugt, zumindest ist der Kerl ehrlich. Ob wir was mit dem anfangen können, weiß ich noch nicht. Und er sagt auch immer, ich kann das nicht entscheiden. Ich kann dich nur weiterreichen ans Komitee, das wird dann entscheiden. Also so, immer die anonyme Gruppe im Hintergrund. Aber jetzt bereitet sich gerade ein Erntearbeiterstreik vor. Oder es könnte zu einem Streik kommen, sagen wir so, denn die Erntearbeiter sind in einem Tälchen, in dem drei Großgrundbesitzer das Sagen haben und noch ein paar kleine Obstplantagen halt von von Eis, den kleineren Obstbauern da existieren. Aber in dem drei Leute, die beisammensitzen, die Regeln machen und die auch die ganze Stadt im Griff haben, die Polizei, den Richter. Da wird getan, was die großen Obstplantagen wollen. In dem Tälchen sind die Wanderarbeiter da, um die Äpfel abzuernten und sie kriegen halt als erstes gesagt, die Lage ist schlecht, wir zahlen euch weniger als im letzten Jahr. Noch weniger als im letzten Jahr. Auch wenn rundherum alles teurer geworden ist. Sollte es dir also wirklich nicht mal sicher sein können, ob sie mit Benzingeld rauskommen, um weiterzufahren zur nächsten Arbeit. Vor allem deshalb, weil die von morgens bis abends arbeiten und dann so kaputt sind, dass die nicht mehr in die Stadt fahren oder gar laufen können, um einzukaufen, sondern die kaufen dann auf den Plantagen in Plantagenläden ein, um was zu essen zu haben abends. Und das Zeug dort ist natürlich vollkommen überteuert. Also das ist real und das ist historisch und das gab es viel. Das gab es auch in Großstädten, in Industriefierteln, wo dann Fabrikherren die eigenen Läden da hinstellten und den Arbeitern das Geld gleich wieder abnahmen für überteuerte Lebensmittel. Und dieses gut ausgegügelte System läuft so, dass uns ist völlig egal, ob die verrecken. Uns ist egal, ob die weiterkommen über die Hügelchen weg dann zur Baumwollernte im Nachbarn. Wir wollen unsere Äpfel gepflückt haben. Und wenn die nächstes Jahr nicht wiederkommen, es wird immer genügend elende, verzweifelte Ausgehörte geben, die unser Obst pflücken. Wir müssen uns nicht um die kümmern, wir haben keinerlei Verantwortung. Die einzige Verantwortung, die wir haben, ist den maximalen Gewinn rauszupressen. Das ist das System, das dahinter steht. Und die Partei will nun eben dort erfahrene Agitatoren hinschicken, um aus dem Unmut und der Wut und dem Frust der Erntearbeiter einen Streik zu machen. Und Jim wird da nun mitgeschickt mit Mac, das ist der wichtigste, und mit Dick, zwei erfahrenen Organisatoren und die erklären ihm nun, wie sowas läuft und erklären es damit auch uns. Und das ist ganz interessant, weil Steinbeck da eigentlich illusionslos oder ausgewogen ist oder sogar in den Augen mancher gewerkschaftsfeindlich. Aber er will einfach darstellen, die größere Dynamik des Arbeitskampfes und die größere Logik der sozialen Auseinandersetzung. Die Erntearbeiter waren damals gar nicht besonders gewalttätig. Es gab andere Streiks, in denen es sehr gewalttätig gab. Die Gewalt ging eher von der anderen Seite aus. Aber Steinbeck zeigt einen Streik, in dem es zu Übergriffen von beiden Seiten kommt. Und er zeigt auch, dass diese Organisatoren, die Radikalen, diese Übergriffe möchten. Und es sind keine bösen Menschen, die legen ihre Logik dar. Die sagen, dieser Einzelstreik hat überhaupt keine Chance. Dieses Tal mit seinen Großgrundbesitzern und dem Ort und der durch und durch korrupten Justizmaschinerie ist so gut organisiert, dieser Streik wird am Ende verloren sein. Es wird keine besseren Arbeits- und Lebensbedingungen und keinen besseren Lohn geben. Aber es ist ein Kampf in einem großen Krieg. Und wenn der hier geführt wird und wenn bei diesem Kampf Blut fließt, wenn es zu Opfern kommt, wenn es Märtyrer dieses Kampfes gibt, dann hat er was genutzt. Dann wird anderswo wieder ein Feuer aufspringen. Und auch dort wird es Opfer geben und es wird erstmal kein Sieg geben. Aber jeder dieser verlorenen Arbeitskämpfe, wenn er blutig genug verläuft, wird weitere Menschen zu uns führen. wird weiteren Leuten klar machen, dass es der Kapitalismus nicht gut mit ihnen meint, sondern dann, wenn sie aufmucken, spätestens bitterböse und sie niederknüppelt und wird diese Wut erzeugen, die dieses System irgendwann ein für allemal beiseite fängt. Und er setzt durch Gerechtigkeit und er setzt durch Sicherheit. Also Daseinssicherheit. Und dafür lohnt es sich. dafür lohnt es sich, diesen Kampf zu führen und dafür lohnt es sich, Opfer zu bringen. Und darum ist es nicht schlechtes, wenn wir die Menschen manipulieren und ihnen jetzt hier gerade eben vor Augen stellen, dass der Kampf nicht so gefährlich ist, dass die anderen nachgeben werden und dass ein konkretes Ziel für sie selbst mehr Lohn, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Unterbringung, bessere Unterkünfte und so weiter zum Greifen nahe ist. Das ist erlaubt. Weil wenn wir das nicht tun, bewegen die sich nicht. Und das eben interessiert Steinbeck nun, wie entsteht dieses Massentier der Streikenden, wie verhält es sich, wie muss es gepflegt, gehätschelt, angetrieben, bestraft werden, damit es so agiert, wie diese Strategen im Hintergrund möchten. Und nochmal, diese Strategen im Hintergrund sind die meiste Zeit jedenfalls keine dämonischen Agitatoren. Es sind Leute, die ihrer eigenen Logik gehorchen. Und es geht um diese Logik in diesem Roman. Und das finde ich, hat er sehr, sehr präzise analysiert und darum finde ich es auch völlig verzeihlich, nein, ich finde es notwendig, dass er von dem realen Streik, wie wir ihn kennen, aus den historischen Dokumenten, der ein paar Jahre vorher stattgefunden hatte, unter den Erntearbeitern, dass er von dem abweicht, um ein größeres Modell zu zeigen, diesen Arbeitskampf überhaupt. Und um ein bisschen über sein, über dieses Massentier zu den Phalanx-Menschen oder die Menschenphalanx, wie auch immer, zu philosophieren. Und um auch eine Figur zu erproben, eine Person eines Arztes, der viel riskiert, viel einsetzt, wenig persönlichen Verdienst hat, um den Streikenden zu helfen. Also das immer schon tut, nicht zu diesem Streik dazukommt, sondern eine Adresse ist fest im Adressbüchlein von Mac, den kann man dazuholen, der wird uns helfen bei sowas. In dem Fall eben, um erstmal ein Camp zu errichten, der Streikenden, das nicht sofort wegen Verstoß gegen Gesundheitsvorschriften, wegen Seuchengefahr aufgelöst werden kann von der Polizei. Dort muss erstmal für sanitäre Verhältnisse sorgen und dann die Kranken versorgen. Und nach Raussieben haben wir einen Infektionskranken und wenn ja, kriegen wir den behandelt mit unseren kargen Mitteln oder müssen wir den wegbringen, damit nicht der ganze Streik an diesem einen Mann scheitern kann. Und dieser Arzt, diese bewundernswerte Figur, dieser, ja, nennen wir ihn jetzt Intellektuellen, der da mitkämpft, hat zugleich gar keine Hoffnung, dass dieser Kampf was bringen wird auch und hat auch seine Zweifel, ob die Mittel, die Mac und die anderen bereit sind einzusetzen, wirklich gerechtfertigt sind. Also der Zweifelnde Intellektuelle, in der Figur kann man schon ein bisschen dann auch Steinbeck sehen, der in dieser Figur Zweifel zur Sprache bringt, die er in seiner eigenen Beleuchtung dieses Dreikampfes zurückhält. Er färbt den da nicht ein, er zeigt nur, man kann es so sehen, er lässt diesen Arzt so sprechen und das sind, glaube ich, auch Steinbeck'sche Bedenken, die da kommen oder Unsicherheiten. Eigentlich auch nicht haltbare Position, die nichts nützt, mitten in solch einem Kampf, solch ein Luxus-Skeptizismus. Erzählerisch ist es fast immer stimmig, es gibt dann so einen Moment mal, wo er das Kommissarhafte wirklich betonen will und es lässt er ausgerechnet Jim in einer fast transartigen Szene ausleben, der übernimmt dann mal das Kommando, da wird es fast stalinistisch. Da wird es auch so symbolhaft, dass wir für eine kleine Szene drin sind, eigentlich in George Orwells Farm der Tiere. In so einer bösen Karikatur, der Entartung dieser sozialistischen Ideen, er will das mal zur Sprache bringen, das ist eine erzählerische Schwäche, er kriegt das anders nicht unter in diesen Romanen, er will aber diese Farbe drin haben und dann kommt das wie Pfingstzungen über Jim und Jim muss dann hinterher sogar selber sagen, als die Episode vorbei ist, er weiß gar nicht, was da über ihn gekommen ist und der ist schon ein Hardliner und will ein Hardliner werden und Mac ist immer ganz überrascht, dass dieser Adept so anstellig ist und eigentlich mal so ein guter Gewerkschaftsorganisator beziehungsweise Agitator der Kommunistischen Partei ein Agent der guten Sache werden könnte, der will diesen Jim nicht nur schulen, er will ihn wirklich schützen vor Übereifer. Er sagt Jim mehrfach, du darfst dich hier in diesem Streik nicht verausgaben, du darfst nicht dich zu weit rauswagen, du musst auf dich aufpassen, du bist eine wichtige Ressource, du bist die Zukunft, du hast so ein natürliches Talent, du hast so viele Anlagen zu diesem Job und du kannst so gut mit den Leuten kommunizieren, dich müssen wir bewahren, wenn es hier Opfer geben sollte, du darfst keinesfalls eines davon sein und das widerspricht wieder so einem gewissen Zorn, so einem Anstand, so einer Ehrlichkeit, so einem Konfrontationswillen in Jim. Der sieht schon alles ein, was Mac da sagt und er glaubt es auch, aber er selber möchte an die Front und ausgerechnet ihn macht er dann kurz zum Stalinisten, wie gesagt, erzählerisch eigentlich ein totaler Fauxpas, aber ich finde ja Romane manchmal gerade auch dann interessant oder Erzählungen, wenn was schief geht, also nicht wenn das ganze Grütze ist, das ist dann selten interessant, kann auch vorkommen, aber wenn in einem eigentlich guten, gut gemachten, interessanten, durchdachten Roman etwas nicht passt, etwas nicht stimmt, etwas nicht hinkriegbar war, dann vermittelt einem das ja auch was, dass man sagt, guck an, Steinbeck konnte das hier nicht integrieren, obwohl es ihm wichtig war, warum konnte es nicht integrieren, weil es dem Ganzen dann eine falsche Beleuchtung gegeben hätte in seinen Augen, er will das ja nicht als stalinistisches Komplott gegen Amerika zeigen, weil er aber auch weiß, dass es das gibt, dass das da ist, weil er das nicht nicht weglügen will. Diese Glemme finde ich fast interessanter, als wenn wir da noch über eine weitere gelungene Stelle weggekommen wären in diesem Roman. Es ist eine Männergeschichte, wie so oft bei Steinbeck, die Frauen spielen in diesem Roman die Nebenrollen der besonders Schutzbedürftigen, die da in ihren Zelten hocken und Kinder zur Welt bringen müssen und großziehen müssen, ohne die kräftigen Nahrungsmittel zu haben, mit denen man Kinder gesund großziehen kann. Sie sind verunsichert, aber sie werden einfach mitgeschleppt, mitgezogen, herumkommandiert von ihren Männern. Es ist das Schicksal der Frauen, diesen Männern an der Seite zu stehen. Es gibt keine aktiv gestaltende Frauenfigur da drin und es ist allerhöchstens noch ihre Rolle halt, die Andeutung von emotionalen Kuschelzonen zu bieten, gegen die sich die Helden entscheiden müssen, weil sie in einem großen gesellschaftlichen, historischen Kampf stehen. Ein Wesenszug von Steinbeck, dem er sich jetzt von vielen anderen männlichen Autoren jener Zeit nicht wesentlich unterscheidet. Ich glaube, es ist völlig sinnlos, sich da auf die moralische Anhöhe zu begeben, aus heutiger Sicht und zu sagen, ja, du hättest doch mit starken Frauenfiguren schreiben müssen. Wir können das nur einfach zur Kenntnis nehmen. und es ist ja auch so auffällig, dass es einem auch was erzählt über diese Zeit. Ich will es aber erwähnt haben, denn wie gesagt, für viele wird dieser Roman in Dubious Battle, in die stürmische Ernte, ein abweisender Roman sein, in dem sie eben viele nicht finden, was sie gewohnt sind, haben zu wollen, haben zu dürfen in Romanen, also inzwischen starke Frauenfiguren oder eben diese tiefen, detaillierten Innenblicke, dieser Außenblick und dieser Blick auf ein abstraktes Wesen, auf den Streik, auf den Arbeitskampf, wie das entsteht, wie sich das bewegt, das ist was Besonderes, was viele nicht mögen, was nicht heißen soll, dass die Charaktere jetzt alle dünn sind oder Pappfiguren, das liest man manchmal auch über in Dubious Battle, das ist auch völliger Quatsch. Die werden eben nur nicht von innen beschrieben, aber von dem, was von außen erzählt wird über sie, ist da durchaus klar, dass die, wenn man sie einzeln nimmt, wenn sie nicht gerade eben zu Massenwesen zusammengebacken sind, dass sie ausgeprägte, unterschiedliche Individuen sind und die stehen einem auch so vor Augen. Diverse Figuren, die ich jetzt nicht erwähnt habe, Sam, London, wären da noch ganz wichtig zu nennen, auch eine negative Figur, Berkey, man hat die schon sehr, sehr klar vor Augen, in dem, was wichtig ist, eben in ihrem sozialen Verhalten, in ihrem Interagieren mit den anderen, in ihren Entscheidungen, wie verhalte ich mich in diesem Arbeitskampf und eben auch in der Situation, dass sie einerseits aufgefordert sind von Mac und Jim, schaffe dieses Massenwesen, hilf uns dabei und das auch gutheißen sollen und andererseits dann verführt werden müssen, sich abseits zu halten. Dass auch sie in dieses Begreifen hineinkommen, du darfst aber nicht Teil der Masse werden, um sie von außen lenken zu können. Du musst sie nur verstehen, du musst dann alle ihre Nervenstränge angeschlossen sein, um sie zu begreifen und lenken zu können. Du darfst dich aber nicht mit hineinziehen lassen in ihre Wut, in ihre Angst, in ihre Empörung, in ihre Niedergeschlagenheit. Du musst immer außen bleiben. Also so ein paar dieser Figuren wird, und das ist schwierig für die, auch ein ganz neues Bewusstsein, eine neue Rolle abgefordert. Die Fragen von Kapital und Arbeit, die Fragen von Rechtssicherheit, Daseinssicherheit, Arbeitssicherheit sind nicht nur global nicht geklärt, sondern sie werden neu aufgeworfen in Ländern, in denen man sich bisher einbilden konnte, dass vieles an diesen Fragen doch weitgehend geklärt sei, auch wenn vielleicht nicht die wirkliche himmlische Gerechtigkeit hergestellt sei. Viele dieser Fragen sind plötzlich wieder offen dort, wo Leute geglaubt hatten, sie hätten es eigentlich auf die sichere Seite geschafft. Insofern gar kein unaktueller Roman. Danke euch fürs Zuhören. Bis bald, dann wieder hier mit ganz anderen Sachen bunt hin und her und der nächste Steinbeck wird vielleicht in acht Wochen dann mal drankommen. Tschüss Booktube.